Sorry, darf ich kurz was fragen? Ich bin Straßenfotograf und ich fotografiere tatsächlich schöne und interessante Menschen. Ich habe dich gerade gesehen, dass du Fotos gemacht hast. Wollte ich dich mal fragen, ob es okay wäre, wenn ich zwei, drei Fotos von dir mache. Ja, ist okay. Magst du dich einfach mal so da hinstellen? Einfach so da stehen bleiben. Einfach mal zu mir schauen. Genau, perfekt. Du kannst auch mal stehen bleiben. Sehr cool. Magst du dich ein bisschen schräg stellen nochmal? Ja. Sehr cool. Perfekt. Ja, cool.